Ja hallo zusammen, ich bin jetzt im Herbst angekommen. Ich habe mich hier zu unseren ganz tollen Gräsern gestellt, passend. Mein Outfit heute, eine wunderschöne Schlupfhose von der Firma Camio, 179 Euro. Eine tolle Visposebluse, 179 Euro. Ein toller Cashmierpulli mit diesen Dreiviertelarmen, einfach mal was Neues, 229 Euro. Und eine kuschelige Daunenweste obendrauf in Lack, 279 Euro. Und wer es mitärmeln möchte, habe ich hier eine ganz lustige, aus Italien, ganz tolle neue Firma bei uns, 459 Euro. Ja kommt vorbei und schaut euch unsere tolle Herbstmode an, die Jutta.